Wir sind ja schon über 25 Jahre in diesem Automatisierungsgeschäft und haben auch mittlerweile über 500 Projekte erfolgreich realisiert. Wir stürzen uns nicht nur auf Großprojekte, die im zweistelligen Millionenbereich liegen. Wenn unser Kunde, der den Gabelstapler fährt, das erste Mal über Automatisierung nachdenkt, dann wollen wir dabei sein und mit ihm eben gemeinsam diesen nächsten Schritt gehen.